Heute nehme ich dich mit hinter die Kulissen der Golfwelt und enthülle die drei Geheimnisse, die Rory McIlroy nicht nur zu einem der besten Golfer der Welt gemacht haben, sondern auch zu einem Meister des mentalen Spiels. Diese Geheimnisse sind weit mehr als einfache Tipps. Sie sind die Pfeiler einer Erfolgsstrategie, die eine tiefe Konzentration, mentale Stärke und eine unwandelbare Hingabe zum Spiel beinhalten. Bist du bereit, den Vorhang zu lüften und zu entdecken, was Rorys Erfolg wirklich antreibt? Bleib dran, denn was du gleich erfahren wirst, hat das Potenzial. Nicht nur dein Golfspiel, sondern deine gesamte Herangehensweise an Herausforderungen und Chancen im Leben zu transformieren. Wie du sicherlich weißt, finde ich es immer wieder spannend zu erfahren, wie die weltbesten Spieler an ihrem mentalen Spiel arbeiten. Und diese Woche schauen wir uns genau Rory an. Mit einem Schwung wie Rory gibt es technisch gesehen nicht viel Raum für Verbesserungen. Die Herausforderung liegt darin, sich anderen Aspekten zuzuwenden, um Fortschritte zu erzielen, wie eben die mentale Seite des Spiels. Auch wenn Rory bereits vor einigen Jahren seine Gedanken dazu geteilt hat, gibt es immer wieder etwas Neues von Einsichten der Topspieler zu lernen, das unsere Ergebnisse verbessern und uns im Wettkampf stärker machen kann. Er sagte, unser Geist ist viel mächtiger als alles andere. Wenn man ihn richtig einsetzt, unterstützt er unweigerlich unser Spiel auf dem Golfplatz. Ich verbringe fast mehr Zeit damit, meine mentale Einstellung zu trainieren, als auf der Driving Range zu stehen. Hier sind Rory's drei mentale Säulen, die auch dir helfen, Druck zu mindern, mit Erwartungen umzugehen und dich auch mit den besten Spielern zu messen. Erstens. Perspektive. Stell dir vor, jedes Turnier, das du spielst, hat die gleiche Bedeutung. Egal, ob es 9, 18, 36 oder 72 Löcher sind. Oder eben nur eine einzelne Runde mit Freunden. McElroy meinte einmal in einem Interview, Es geht um die Reise, um ständige Verbessern, Lernen und Meistern deines Handwerks. Nicht um die Ergebnisse eines einzelnen Turniers. Im Laufe der Jahre hat er gelernt, die gewaltigen Erwartungen, sowohl von sich selbst als auch von den Medien, in Bezug auf die Anzahl der Majors, die er gewinnen sollte, neu zu bewerten und seine Herangehensweise an Turniere zu ändern. Anstatt bestimmte Turniere, vor allem Majors, in seinem Kopf aufzubauen, behandelte er alle gleich. Dieser Ansatz hilft ihm, konstanter zu spielen, da jedes Turnier sich gleich anfühlt. Oft höre ich von meinen Coaching-Teilnehmern, wie wichtig ihr nächstes Turnier oder die nächste Runde ist. Doch das Geheimnis liegt darin, dass gute Ergebnisse entstehen, wenn man sie am wenigsten erzwingt. Je mehr du versuchst, gut zu spielen, desto schwieriger scheint es zu werden. Der Golfball weiß nicht, welches Turnier auf dem Spiel steht oder ob es nur eine Runde mit Freunden ist. Jede Runde ist eine weitere Gelegenheit, die gleichen Ziele zu verfolgen, sich an dem Prozess zu halten und dir selbst durch dein mentales Spiel die beste Chance zu geben, gut zu spielen. Probiere es selbst aus. Zweitens, Ausdauer. Ausdauer ist der Schlüssel. Man muss beharrlich sein, hartnäckig sein, bis das Platz sich für dich wendet. Dieses Prinzip hat nicht nur Rory, sondern alle Spitzenathleten auf ihr Niveau gebracht. Es ist dieser unerschütterliche Optimismus, der Glaube, dass mit kontinuierlicher Anstrengung gute Dinge geschehen werden, der sie antreibt. Deine Ausdauer ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg auf dem Golfplatz, unabhängig davon, wie dein Spiel gerade läuft. Natürlich fällt es leichter, Ausdauern zu sein, wenn alles nach Plan verläuft. Doch deine wahre Ausdauer zeigt sich in den Momenten, in denen nichts funktioniert, wie es so sein sollte. Die gute Nachricht, Ausdauer lässt sich trainieren. Wenn du eine schlechte Runde spielst und das Ergebnis nicht so aussieht, wie du es dir gewünscht hast, wie gut kannst du dann im Spiel bleiben und auch nach einem verzogenen Treif oder einem schlechten Bunkerschlag zumindest noch das Boge retten. Deine Fähigkeit und nicht aufzugeben spiegelt deine Ausdauer wider, indem du positive Selbstgespräche führst und dir bewusst machst, dass sich das Blatt jederzeit wenden kann, stärkst du deine Ausdauer. Auf deinem Weg wirst du Fehler machen und Niederlagen erleben. Aber mit Ausdauer hast du die Möglichkeit, aus jedem Fehler zu lernen und dich langfristig zu verbessern. Und last but not least, drittens, Gelassenheit. Gelassenheit, das bedeutet Ruhe zu bewahren, sich nicht verrückt zu machen, wenn es nicht läuft. Genau das brauchst du im Golf und übrigens auch im Leben insgesamt. Wenn Emotionen hochkommen und leicht über dein Spiel herrschen, dann wird es schwierig. Stoizismus lehrt uns, unsere innere Ruhe zu bewahren und unser Denken, Handeln und Verhalten nicht nur durch äußere Umstände beeinflussen zu lassen, die wir nicht kontrollieren können. Golfspieler wie Brooks Koepka oder Dustin Johnson verkörpern diesen stoischen Ansatz, indem sie scheinbar unbeeindruckt von äußeren Faktoren oder ihren eigenen Gefühlen bleiben, eine Fähigkeit, die Rory bewundert und selbst anstrebt, besonders unter Druck. Nun, du hast es gehört. Perspektive, Ausdauer und Gelassenheit. Diese drei Säulen können auch dein Spiel auf ein neues Level heben. Jeder kann diese Fähigkeiten entwickeln. Es bedarf Übung, Geduld und dem Glauben an dich selbst. Nimm diese Herausforderung an, integriere diese drei Säulen in dein Spiel und sei gespannt auf die Veränderungen, die sie mit sich bringen werden. Und wenn du jetzt schon gespannt auf mehr bist, dann halte Ausschau nach meinem nächsten Video, in dem wir tiefer in die Welt des mentalen Golfspiels eintauchen. Es geht um die drei Schritte zum unerschütterlichen Selbstvertrauen im Golf. Ich werde dir zeigen, wie du Selbstvertrauen aufbaust und selbst die schwierigsten Schläge mit Selbstvertrauen spielen wirst. Du willst die Runde deines Lebens spielen? Dann ist das nächste Video ein absolutes Muss für dich. Bis dahin, bleib fokussiert, bleib motiviert und mental stark. In diesem Sinne, noch ein schöner Spiel und ein großartiges Leben.